Willkommen hier zurück zu Let's Play Hand of Fate und wir sind hier gerade direkt im Kampf bei der Verteidigung des Landratten-Nests in der Kneipe von Carlo, unserem guten Freund und wir werden hier gerade vor Magiern angegriffen, die es irgendwie nicht so geil finden, dass wir uns mit dieser Sache mit den Kraken befassen, infolge dieser Questreihe. Und ja, jetzt kommt ein Fight. Ich gönne mir mal zuerst den Kämpfer rechts. Oh, au, da machen wir den nicht. Au! Ich ziege euch ja, genau. Ich würde gar nicht ausweichen. Oh, man hat hier keine Schilde. Das macht das Kämpfen leichter. Oh, hier in diesem Bereich offenbar bleiben. Oh, ich ziehe euch schnell genug. So. Ich würde jetzt tot haben. Ah, fuck. Ich glaube, wie hat sie so zu laufen. Stürzen. Okay. Ja, ihr wollt's. Also wissen, ja? Ja. Ich würde jetzt mal behaupten. Ja, nicht ganz, weniger. Als du wieder hereinkommst, findest du Carlo unter der Theke versteckt. Offensichtlich fürchtet er Magier und ihre Macht. Das Aufräumen kann bis morgen warten. Ihr schenkt euch etwas Hochprozentiges ein und lasst euch vor der Feuerstelle nieder. Carlo erzählt dir von den Einheimischen in dieser Gegend und die traurige Geschichte, wieso er den Kraken so sehr fürchtet. Und wieder mal wäre es so interessant gewesen zu hören, warum das so ist, was das für eine Geschichte ist. Aber nein, das Spiel macht es sich einfach. Gibt uns den Token und lässt uns weiterziehen. Hätte ich gerne gehört. Muss ich ehrlich sagen. Held von Funkenheim. Wir kennen schon einen Abenteurer, der verletzt ist und offensichtlich kurz in den Kampf, vor kurzem im Kampf verwickelt war. Oh, als du dich ihm näherst, fällt sein Blick auf deinen Artefakt. Das wollte ich schon immer haben, ruft er und stürzt sich auf dich. Wir wehren ihn natürlich ab. Das ist ganz schön. Also ja, manchmal, wenn ich ein Artefakt habe, dann will er uns das Artefakt klauen. Oh Gott, ich glaube, das ist der Positive. Ja. Und manchmal sollen wir ihm helfen, bei, ähm, ja, dabei Leute zu killen. Das ist eigentlich voll der Assi, der Typ. Im Gerange spielst du ihn aus Versehen auf. Joa, passiert. Du suchst deine Leiche nach Beute. Zwei Gewinnkarten. Boah, 15% maximale Gesundheit oder 10. Wir nehmen natürlich 15%. Zack, hoch. Das ist fast 200 jetzt. Und fünf Rationen sofort eingesteckt. Sehr gut. Weiter geht's. Höhlenzuflucht. In diesem Fall, um ehrlich zu sein, du bist in ihre Höhle. Ähm, ja, also wir haben hier eine Höhle und wir betreten hier einfach mutig. Du rufst eine Kampfansage in die Dunkelheit und schreit es selbstsicher in die Höhle. Oh yeah. Ich mach mal neu ziehen. Boah, ist auch machbar. Schon eher. Schon eher der Milotaurus hat mir nicht gefallen. Der Lava-Glum war ja kein Ding, aber der Milotaurus hat immer so eine Geburt. Äh, die Skelette sollten relativ flott vorbei sein. Denk ich mal, beim Schädelbogen müssen wir ein bisschen aufpassen. Auf jeden Fall kommen wir jetzt auf unsere maximale Gesundheit, wenn wir nicht unnötigerweise sterben. So, ich tue lang gefallen. Also, ich tue lang gefallen. Oh, stimmt, die stehen ja auf, fuck. Ganz vergessen, der Schädelwurbe kann die ja auch verstehen lassen. Okay, mein Freund. Kriegst du jetzt erstmal als Erster auf den Maul. Aua. Ich dachte, das reicht jetzt ausreichend. Okay, das war der Schädelwurbe. Das Problem, die haben geklärt. Wir müssen noch einen Haufen Gegner killen hier. Alter, Verräter. Gleichmals ist es von Vorteil, seine Feinde zu kennen. Drei Tender mit einem Schlag. Sehr geil. 200 Gesundheit. Öh, öh, öh. Warum? War schon alles geklärt. Was passiert hier? Kampf der Endlichkeit. Letztendlich, ey. Okay, alle stehen wieder auf. So, Kampf vorbei eigentlich, denkste Puppe. Alle stehen wieder auf und es geht weiter. Alter. Aber eigentlich kein Gold mehr. Was ist denn passiert? Riecht mich, oder hatten wir noch ein bisschen Gold übrig eigentlich? Ich glaube, wir hatten noch ein bisschen Gold übrig. Wo ist denn das hinten? Was passiert hier die ganze Zeit? Ich verliere teilweise irgendwie Ration und Gold, ohne dass ich es mitbekomme. Wir suchen die Höhle und nehmen alles an Bord, was wir finden können. Das sind einmal 20 Gold. Wenn wir zwei Sägen haben. Ne, wer muss einsägen? Verdammt. Sieben Rationen nochmal. Das ist sehr gut. Und nochmal 30 Gold. Wir sind bei 40 Gold, okay. So, das ist wahrscheinlich der Ausgang. Da dachte ich mir. Und wir gehen aber auf jeden Fall nochmal ins Labyrinth der Fallen. Letztes Mal haben wir das ja vergeigt. Nein, fuck. Nein, ich hab mich verklickt. Nein. Ach, verdammt. Verlieren fünf maximale Gesundheit ist okay. Das ist nicht so schlimm. Ach, shit. Ich wollte das gar nicht machen. Das war voll und aus Versehen. Du bist mein größte Persistente Foe. Hier, es endet. Alle sind 20% schneller und machen 50% mehr Damage. Das ist ganz nice, weil ich dadurch ja auch mehr Schaden mache. Nichts verkaufen. Dann würde ich wahrscheinlich doch Ration kaufen. Wollen wir auch nicht so eilig. Ich kaufe trotzdem mal ein paar. Was soll's. So. Ich bin sicher, dass du dafür glücklich bist. Und dann haben wir auf jeden Fall erstmal genug. Je nachdem, wie lange das jetzt aufgeht, ist ja auch nicht wichtig. Und wir gucken uns vielleicht, ähm, hätte ich frei, in welche Richtung gehen wir jetzt. Äh, ich glaube, wir gehen einfach weiter in die Richtung, die wir schon gegangen sind. Das ist ein Plan. Rattenmenschenjagd. Kann ich denn aus dem Weg gehen, nee, wa? Pestdame und Pestratten. Ich zieh mal neu. Schuppen. Schädelkönig. Okay. Dann müssen wir auf jeden Fall erstmal den Schädelkönig klar machen, weil der war auch ein bisschen ungeil. Ich soll mal schauen. Vielleicht wäre auch die Sache mit den Ratten besser gewesen. Kann man sich jetzt streiten? Ich hätte auch ganz gern mal das Skelettschädel, äh, Skelettskönigsschild wieder. Das ist nämlich ziemlich porno. Oh, der macht gerade jetzt auf den Laser. Alter, 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 Alter. Das ist ein bisschen länger. Alter, das ist viel zu voll gerade, ne? Alter. Üh, ich bin tot. Was ist da passiert? Der hat 34 Damage gemacht. Was ist da passiert? Wieso? Warum? 34 Damage. Hat der gerade gelacht, der Wichser? Ich bringe ihn um. Ja, weil mich das Rationen kostet. Ich hasse diesen Wichser. Ich hasse ihn. Entschuldigung, aber er ist so ein Arschloch. Er ist volles Arschloch. So, und er lacht. Und dann sagt er mir, was ich falsch gemacht habe. Und das ist so herablassend. Ich bringe ihn um. Entschuldigung. Also, wir haben es zumindest geschafft. Dafür, dass du Neuigkeiten des Beutelschneiders gehört hast, erhalten wir die Kraken-Sekte. Okay. Also eben diese Schuppenechsen, die die Kraken anbieten, haben wir schon mal gehört. Für die Aktion mit dem dunklen Kristall halten wir 30 Gold und die Karte Seelenjubel. Ist aber keine mit einem Token. Bin ich gespannt. Und für diese Aktion hier, wo wir das Landratten-Nest verteidigt haben, erhalten wir Landratten-Nest Kapitel 4, Geist des Meeres. Sieht freundlich aus. Und hilft den Einheimischen. Sehr, sehr geil. Haufen neue Karten. Und wir mischen nochmal ganz kurz neu zusammen. Eine weitere Attentation. Ah, ist das ärgerlich. Das lief so gut. Und dann kriegen wir einfach mal so dermaßen auf die Fresse, das habe ich ja gar nicht kommen sehen. Alter, das ist ärgerlich. So, ich will immer noch nicht automatisch machen. Das hat sich nicht geändert seit dem letzten Mal. Wir haben jetzt drei neue Karten. Die kommen natürlich alle mit ins Deck rein und schmeißen dafür mal ein bisschen was Altes raus. Ich glaube, wir nehmen mal die Rattenaktion raus. Wäre die Rattenaktion? Was war das hier nochmal? So, dann müssen wir ihn verteidigen. Irgendwelche Hüllenviecher. Ja, kann ich auch raus. Und davon nehmen wir nochmal einen Rattenmenschenjagd raus. Das hat sich die Wahrscheinlichkeit, weil das mit dem Gift schon echt ärgerlich ist. Und, ähm... Ja, passt. Und Ausrüstung haben wir doch auch ein bisschen was Neues gehabt. Oder Irre ich mich? Irgendwas Neues war doch dabei. So, mal gucken, ne? Ja, Irre ich mich. Ich bin mir nicht sicher. Nee, das ist nichts mehr. Aber da war noch eine Karte. Warte mal, da war noch eine neue Karte, die kein Token hatte, oder? Irre ich mich da jetzt? Ne, Irre ich mich auch nicht. Da war das wahrscheinlich. Warte mal. Ach, die hat er ja automatisch auch schon reingebracht. Okay. Grünbrunnenwald. Das ist auch irgendwie neu. Hilf den Einmalheimischen. Genau, das meinte ich eigentlich. Sie innoviert das auch. Okay, das ist schon alles mit drin. Sehr gut. So, Kinder. Die Folge ist dann heute ein bisschen kürzer. Die gestern war ja dafür ein bisschen länger. Morgen versuchen wir es nochmal gegen den Schuppenkönig. Und ich hoffe, wir scheitern nicht schon wieder auf dem Weg. Ist einfach super ärgerlich immer. Aber, ähm... Ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir es hin. Ich hoffe es. Bis dahin. Haut rein. Bis dahin. Bis dahin.